Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Mr. Androide vs. AboEyes. Grand B-Box Battle 2023 World League Solo Quarter Final. Let's go! Let's übergehen! Ich wüsste jetzt auch gar nicht, bin ich als Favoriten... ...nehmen würde. Den Eliminations waren beide ziemlich gut. Und ich würde jetzt aber erst mal auf AboEyes gehen. Hit'em with the P-Glitch! From Chile. Four-time Latin Champion. Yonkaisei Hashtairu. Welcoming to the stage Mr. Androide! Hit'em with the P-Glitch! Na, hier da ist aber der Toro. Toro ist das. Hat sich nur ein bisschen verkleidet. Also ist Toro. Eindeutig. Versus, making his GBB debut, GBB初の出場 toなる, already reaching the top eight into this battle,そしてなんとも top eightに進出を果たしている. From Saudi Arabia. Saudi Arabia, Saudi Arabia. Give it up for AboEyes! Hit'em with the P-Glitch! Ice, 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 baby. We'll save that for the microphone. It was all good fun. Since you rank tired, do you want to go first or second? Mr. Androide has chose to go second, which means we're starting off with AboEyes. He's ready. Y'all ready? Is not so easy, ne? 1, 2,1, go Great. Gut, Ende. Das klingt aber noch schlimm, Durchfall. Oh je. Oh! This is how I do it. Get! Geile Runde, geile Runde, ja Toilettengeflüster nenne ich sie, es war gut, ich bin gespannt. Bis der Androide da mithalten kann. Wild. Wie die sich auch immer auf den Hals hauen können, ohne dass das irgendwann weh tut, ne? Dann tut jetzt schon weh, aua, aua, ruf mal Krankenwagen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR runde 1 ich würde 1 an mr androide geben glaube ich doch ja und ihr so ich habe es ja 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 auf jeden fall ein sehr eigener stil und ja auch wieder gut ich bin gespannt ja 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 Also ich würde es tatsächlich an Mr. Androide geben. Mal sehen, was die Judges sagen. Insgesamt fand ich das erste Battle aber besser. Zwischen River und Momimaru. Aber es war auch ein gutes Battle hier. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, ich gehe auf Mr. Androide und let's gucken. Let's gucken. Okay. Let's mal gucken. Crowd, help me out. I say the three. Y'all say the two and the one. Going to our Judges. In. Three. Two. One. Moving on is Abbo Ice. Abbo Ice. Ja. Gut. Der eigene Stil setzt sich durch. Auf From Battle war ich ja auch auf für Abbo Ice. Hatte ich recht. Keep the love going. Once again, represent it. Make some noise for Mr. Androide. Hier y'all. Hallo guys. Thank you for watching my video. If you want to follow me, here are my socials. And thank you. Hi. I'm Mr. Androide from Chile. This is my social media. Follow me. Yo. Habt ihr alles? Gut. Yo, Leute. Das war die Reaction. Das war Mr. Androide vs. Abo Ice. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.